Ja, gestern hab ich ja versucht, bin auch zweimal dabei gescheitert und selbst durchgegangen. Ne, einmal. Und da hab ich gar nicht erst getroffen. Was, der irgendwie nach oben geflogen, ich fliege ganz glücklich runter tot. Mit 10 Schaden. Captain Volkorn! Volkorn. Klatsch. Donkeykorn. Mach ich auch für dich. So kacke. Hä? Was hast du denn da für einen Affenkeater? Haha, Gott. Keiner wieder schweig. Ich hab's ja in den Stachel da wohl. Nein. Ich bin auch schon gegen den. Ja, war das übelst Glück, dass du abgefedert hast. Mein Kno. Oh, mach doch. Ich bin aufgestiegen, mein Leben. Ich hab dich damit ernsthaft das erste Mal, glaub ich, gekillt. Nö. Das ist so schön schafft. Echt? Oder war das war das? Und natürlich mit dem Affen Speed Up, Alter. Einmal reicht hoch, ich kann sagen, ich bin tot. Fakke schenkt hier. Scheiße. Ach. Unbesiegbar jetzt. Ah, mein. Unlogisch. Das ist jetzt. Ja. Nicht dein Kackernst. Das kann man's weh nehmen. Oh, I don't. No! Ohhhh! Ohhhh! Das ist erbärmlich! Das ist einfach nur erbärmlich! Wie jetzt kam es in der Ecke im Humbild und du kommst echt noch! Oh, jetzt schon elf! Komm, wenn du das nicht Special will, da musst du es wenigstens schaffen! Ach, könnte ich dir den Weg! Drei, Zwei! Cheek! Ohhhh! Ja, hab ich gut! Der erste Treffer ist deiner! Oh, noch der Treffer! Nicht dein... Ernst? Doch! Jetzt streng ich mich echt an! Echt? Ja, echt! Mann, ich bin wiedergekommen, wenn ich komme mit Ben! Dringend! Dein Skill? Und hab! Boah! Ja! In den... Arnus! Gebohrt! Richtig gebohrt! Okay, sie müssen wo sind! Oh nein! Ich werd das hier nicht gewinnen! Boah! Boah! Was hältst du an mir? Äh... Ulf! Mann, hast du mir auch für den Quatsch! Oh nein! Du hast es gesehen! Wie? Aber... was immer noch nicht geschafft ist! Ja, aber was immer noch nicht geschafft hast! Drei wen! Komm doch! Nee, ich habe dir versprochen! Nein! Oh ja, ich habe schon gemacht! auch um der das kann ich sagen dass das ist alles passiert wo das ist Ich hab' ein special Auge. Nö, du! Boah, ich kenn's doch alle, der... Natürlich! Komm, wie lieb, aber muss man da können. Kennen! Richtig gefailt! Ich hab' ein Bestand-Kurbel in der Arbeit. Hau da gleich weg! Er ist so toll, nicht gleich da hinten! Ich kann nicht da durch sterben. Kommt mal in der Armee. War schon wieder, wo ist du? Oh, hast du ein Logo! Ah, wie ist das los? Und das auch! Und das nicht! Weil du mich jetzt nach oben machst. Vielleicht machst du auch nach rechts. Oder doch nicht. Aber gleich nach links. Oder B und nach unten. Oder so. Boah! Ja, auf eh mal! Ich hab' jetzt erst 17snriff gewonnen. Und ich hatte Päng! Wie viele ist das? Wie viele ist das? Äh, also... Ah, weiß nicht. Wie viele ist das? Ah, nein! Porto nicht dein Ernst das schafft man das dann natürlich so leiden doch, haha den Kapitel mal wie auch schon mal einfach zu sein, aber nicht. Vollkommen Scheiße! Du Idiot! Ähm... Nein! Oh... Hallo! Ja, hat doch das einfach runtergegeben. Alter, ja. Hä? Einfach nur umgestanden. Alter! Mann! Was war das denn? Hallo. Bitte sie zu gehen. Oh, ich... ich mag schon etwas. Das ist das... Das ist das... Das... Schmeiß... Oh, nein, das... Oh! Mann! Meine Fan-Me-Greared geht man schon nicht... Also ich... Ja, Videos musst du sein. Das ist doch sehr schnell zum Schluss. Auch... Ich bin lustig ... muss das Land die Sitzung natürlich wieder so tot war schon wieder durch die Wand gewonnen habe ich schon zweimal die Sitzung ist ja auch so erzten nur ein aber das ist das ist die ganze Zeit gestoppt die die ganz gut mir leid, ich kann nicht reden hab den Mund voll auch nicht hihihi ich schon mal nicht mehr ich lehne auch nicht mehr bin doch selber am Kauen hast du auch versucht gerade oder was? ich hab schon den ganzen Rüsten Ritterbahn den stopft man nicht perfekt, dann tust du selber ich hab's auch schon mit Knoppaus gemacht Knoppaus könnte ich gar nicht um einmal essen und warum krieg er nicht jetzt Marius, Marius und Mainz schlitzender oder was? scheint so ja, im Gegensatz zu meinen Müschen ich bin gespielt bei dem nie wieder einen ganzen Cookie in der Frisse und dann wundern ich mich, warum ich denn den Keks Cement Keks oder so nennen komm, Cementos war eine andere Sache ja, Cementos das war auch nur eine geile Sache ja, mit dem Stuhl erschlagen wenn man dieses scheiß Doppeltreffer ist ja, ich weiß nicht Breakdance nein und wie war das? NEIN! also, die könntest du jetzt ganz gut bebrauchen guck mal, ich hab jetzt 17 Schaden, das ist nicht und dasう redet uuuh war da endlich NOCHprochen los! nach Endpunkt nöö frangen wollen wir sich gar nichts mehr war irgendwie N Oil oder trotzdem erst halb hinzumachen ja sfren wir nich 9 mag点enter noch was passiert ich habe doch immer im Sportfest ja auch ein bisschen doof in Leder aus dem Nutzung kann man eigentlich Feuerwelle in die Tonne hauen oder warte versuchen das ist fair ist, hier kriegst du das weg so wie ist das es noch nicht macht, jetzt machst du es das wäre so kacke geil gewesen, ey ich sagte doch mal, oh ich hab mich nicht mehr so vom Haken nur wenn sie drum bübt geht übel Alter 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 ich habe es noch mal 80 Kids doch, das hast du schon 3 3 3 wie kommt es etwas 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 10 11 11 11 12 7 12 11 11 12 12 12 14 20 14 14 15 15 15 15 14 20 Nein. Du bist mein kleiner Pepe. Oh! Trotzdem habe ich nur gut wenig Schaun. Nein! Ich wollte B drücken, verdammter Arsch. für die Pfanne Pfanne rückchen ich bin der Thesen Na, gerade um ist das Geldo Auto Boah, ja! Fick dich Boah, ist geil Mann, du Arschboot Eto Hast du jetzt den Kameramann gemeint? Gib dir ja, du bist viel zu jung dafür Gib mir Feuer für die Zäune Das per Post Ja, und das per Post Verschicke ich den per Post Scheiße 3 Mal mit dem Angriff gekillt Fehrlich Alter, ach, du siehst nicht mit Bälle, der wegkommt Der würde bei Mario Party 7 Lockere alle Pfanne machen